so das sind dann wie viel 12 ja gut nicht mehr lange und wir können die jungs hier wieder zum tunnel schicken dass sie hier die reste wegtunneln das lochgröße röckelte immer mehr weg oder was und Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh ja, jetzt sollten wir sie zurückschicken zum Also nach und nach zum Tunneln. Wenn sie nochmal aufgefüllt haben. So, der nächste. Und du als nächstes. Deimos hat mal wieder den Anschluss verpasst. So, dann kann ich die alle zum Tunneln zurückschicken. Kann das hier so weit reduzieren und so weit strecken. Lass ich dann die anderen Jungs gleich, wenn sie hier fertig sind. Das sind keine 10 Fuhren mehr. Wobei ich bin zu doof zum Rechnen, oder? Ein Brickturm macht zwei Steine. Naja, so viel Witz wird, wird. Aber ja, nochmal. Ein Brickturm macht zwei Steine. Gehen wir mal von 60 aus. Heißt, 30 Fuhren insgesamt. Und das auf 8 Bricktorns. 40 durch 8 wären 5. 32 durch 8 wären 4. Beziehungsweise eine sind 16. Einmal eine Fuhre insgesamt sind 16 Steine. Zwei Fuhren sind 32. Drei sind 48. Ja. Also keine vier Fuhren mehr. So, ihr macht hier jetzt munter den Rest vom Tunnel weg. Ich glaube auch, dass es das letzte Mal ist, dass wir tunneln können. Oder gucken wir mal, wenn es soweit ist. Okay. Und dann eine Fuhren mehr. Ich bin gerade hier. Ich bin gerade hier. Aber das ist hier. So, pack das mal da weg. Und dann darfst du weiter tunneln. Füttern wir das große, weite Meer. Wut! Wut? So, wie klappt es hier? Zwei Fuhren noch ungefähr, dann können wir die Seite fertig machen, dann wieder die Seite. Wie sieht es hier, ja hier liegen jetzt ein Haufen Steine rum. So, wie sieht es hier aus? 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 So, baue du den letzten Stein ab. Dann haben wir den Quarway. Und das können wir löschen. Hey, sie haben gleich eine Treppe gemacht. Schau mal, das klappt wenigstens. So, wie sieht es hier aus? Hier werden sie jetzt dann demnächst anfangen, zurückzulaufen. Blöp. Blöp. Ja, du hast nichts mehr zu tun. So, jetzt hast du wieder was zu tun. Und die anderen werden wir dann auch peu a peu da rüberschicken. Warum auch immer du da hochjumpen musst. Oder du. Da oben ne sind uns an. So, so schnellst du dich. Da oben hast du gedacht, dann streut du die Bande, hier haben dich rein. So, wie sieht es hier aus? Herr Bande. Und die anderen warten haben, dann antrenaten uns hierherst du noch einen Teebo. So, das ist es hier. So, rüberschicken. So, das ist hier. So, wie sieht es hier aus. So, rüberschicken. So, rüberschicken. So, rüberschicken. So, der flatten Task ist weg, das heißt, wir machen gleich einen neuen. Also, seien es zu hoch, mal wieder. So, und dann müssen wir das nur noch in die Breite ziehen und gut ist. Yay. Das hier sind jetzt noch 134. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Mache ich die drei schon mal? Nee, wir warten. Du, sammeln mal den Stein da ein. Oh! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.